was ist das und ich sah und siehe ein Pferd von Asphaltfarbe und sein alter Hitz wenn er fucking kennt und kennt er ihn, frettet er tot Alter was Alter 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 Ehebender Ehefrau Rain Hast du dich da mächtig gefühlt, Ray? Hattest dich zwischen den beiden gekrabbelt Fischer Distanz Fischer Biss Hast du dich dauernd Fischer Was denn jetzt? Aber echt cool gemacht. Ach, das ist krank. Ich glaube, du bist daran gewachsen, Bro. Friss scheiße, Default. Oh, man. Sam Jennings. Lass uns doch reden. Das werden wir, sobald ich dich finde. Siehst du, Ray? Ich bin auch mein Künstler. Halt deine Fresse! Ah! Ah! Mary Langston. F***. Er ist hier, oder? Kornmonoxid-Vergiftung. Oh, man. Oh, man. Das ist Bullshit. Du hast das gar nicht gelaufen, du. Du, du psychopathischer Ficker. Geht jetzt aber einer ab? Okay, fäng dich! Fäng dich! Fäng dich! Fäng dich! Mord! Aber er wurde beobachtet, bis du den Strom gekappt hast und er starb. Du hast ihn ermordet! Mörder! Mörder! Sie starben, weil ich eine Botschaft senden wollte. Ich wollte die Leute warnen vor dem, was kommt. Und zeigen, dass ein Mann das ganze System lahmlegen kann. In den Monaten nach dem Morgen von Tüde dieser Familie in einen Haufen Geld in die Ersparten. Was du das? Wolltest du dir Vergebung erkauft? Ich wollte es wieder gut machen. Oh, du spürst du, Aubrey. Ich verspreche dir. Ich verspreche dir. Oh ja. Puh! Wenn der mir zu nahe kommt, dann fange ich immer an zu schweizen. Der Typ ist übel. Der Gepanzerte. Ja, er ist noch ein. Ja, er ist noch ein. Was? Der trifft nicht. Warum nicht? Alles zu dunkel hier. Der trifft nicht. Ich verspreche dir. Ich verspreche dir. Ich verspreche dir. Ich verspreche dir. Oh yeah. Fuck. Was? Ich glaube der Hauptschaden war vom Feuer. Ich bin da halb verbrannt. Ah, das ist mir nichts. Und da zeig ich mich direkt. Hä? Boah, ich kann doch nichts machen. Wohin? Scheiße. Scheiße. Behalt dir deine Granate. Ah, das ist mir lecker. Ah. 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 Oh mein was. Lass den Kohl. Halte genau! Halt! Halt! Er versucht zu fliehen! Halt! 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 Oh, nein. Oh, von der Seite. Das war knapp. Oh, Mann. Der Sack wird geschnappt. Der Sack wird geschnappt. Don't die. Ich probiere es. Ich probiere es. Aber das klappt nicht immer. Aber das klappt leider nicht immer. So. Zwei Missionen gibt es noch. Die Vorn leitet die Show hier. Und hätte mich fast erwischt. Wenigstens weiß ich jetzt, warum er all das macht. Warum? Sein Bruder stammt bei dem Stromausfall. Oh, Mann. Oh, Mann. Hör zu. Das Silo ist nicht mehr sicher. Ich muss bereit sein für einen Kampf. Du meinst wir? Ich hab genug Blut an den Händen, Floor. Ich kämpfe. Ich kämpfe schon seit ewig. Mit aller Macht. Ich brauch deine Hilfe. Doch ich rechne nicht damit. Du hast mich nicht hängen lassen. Und ich lass dich nicht hängen. Hm. Spricht er deine chemische Gelassenheit? Nein. Ich bin raus. Das hab ich an den Nagel gehängt. Ich halte mich raus, bis du wieder am Silo bist. Hey, Frue. Danke. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Ja, die Stellung halten. Die Fault hat seinen Zug noch nicht gemacht, aber das wird er. Ich könnte alles verbrennen und fliehen, aber ob das kommt? Scheiße, ich ziehe das hier bis zum Ende durch. Prüfen Sie den Sicherheitsstatus. Ich befürchte Schlimmes irgendwie. Ich befürchte Schlimmes. Ey, warte doch. Es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, ich bin unterwegs. Ich habe so ein Gefühl, dass das echt hässlich wird. Ah, ich... ja, ich auch. Verdammt, ich habe eine Ratte im Rechner. Alles klar? Du willst es ausfechten? Fechten wir es aus. Ah, verfickter Fickpisser! Er fährt meine Verteidigung runter. Ich werde gleich überrannt hier. Oh, oh. Oh. Ich glaube, es wird Keller-Action geben. Keller-Action! Findet ihn, erledigt ihn und nehmt, was ihr tragen könnt. Mit dem Scheiß können wir unsere Verluste ausgleichen. Was ist das alles? Das ist eine bewaffnete Überwachungskamera. Scheiße! Okay, der hat noch nichts gesagt. Nein, nacheinander. Schau doch nicht so! Betrittes Sperrgebiet. Das ist mein Gebiet! Finde den Kerl! Benutzt eure Nase, wenn es sein muss. Ups. Benutzt eure Nase. Sehr gut. War es das? Ne. Ray, ich bin hier. Bist spät. Hab mich verirrt. Wie? Das ist ein Riesensilo. Können wir das vielleicht später ausdiskutieren? Hör mal, Default ist im System. Ich mach das. Aber mit meinen Modifikationen, wirst du das System überlasten. Du musst zum Kontrollraum und ich verhindern, dass genau das passiert. Wer dabei? Was ist das? Der Politician, Schwachstelle erkannt, Hacken und Falle auszulösen. Oh, der hat da fallen. So wie in seinem letzten, in seinem letzten Lager. Keller klatschen, genau. Ich halte dich dort draußen. Du übernimmst den Kontrollraum. Oh yeah. Ich glaube, jetzt brauche ich die Fallen sowieso. Du hast dann rumgefuscht. Ja, ich hab's verbessert. Das werden wir hier sehen. Du hast dann rumgefuscht. Hier falle. Oh yeah. Oh oh, leider voll für den Hugo. Jetzt. Hugo. Scheiße, der trifft nicht, die Falle. Einfach schön flambiert. Oh ah. Oh oh, die haben mich. Scheiße. Oh. Fuck von der Wall. Wir haben nur gespielt. Holy shit. Eine Tür schließe, tritt er sie wieder auf. Nerfiger Mistkörper. Holy crap. Granate. Wie war das? Willst du noch ein großes Löffelkind davon? Hä? Oh. Furchtbar, fruer. Hey, ihr kommt durch. Halt ihn hin. Vielleicht kann ich was tun. Puh. Das war knapp. Das war's für dich, Ratte. Was, what the fuck? Was war das? Ray, sieht aus, als würden noch mehr Fixer kommen. Okay, ich habe einen Nürx. Okay, ich habe einen Nürx. Alles klar, fruer? Ja, es ist, als hätten sich alle kleinen Internetsecher in diesem einen großen Mega-Arschloch vereint. Wie kann er sich über mich lösen, wenn er meine Exe umgeht? Und, was ist überhaupt ein D-Black? Oh. 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 F***. Die holen Verstärkung. Sie kommen rein. Scheiße. Viele werden... Oh man, wie viele. Machen wir uns rein. Oh Das waren ganz schön viele. Mach bloß keine Bewegung. Der ist schon wieder. Okay, ganz ruhig. Alles klar. Jawoll! Oh mein Gott! Kläglicher Versuch! Hä? Das ist ein fucking Schaumziel im Kopf, das sicherst jetzt? Doch nicht kläglicher Versuch. Hier, so ein Fixer. Was? Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Das ist dein Moment, Mann. Stell dir vor, du wärst so ein finsterer Typ aus deinen Comics. So ein Graphic Novels. Oh yeah. Erledigt? Er, erledigt. Alle beide? Ja, beide Ziele sind eliminiert. Okay, gut. Default wird die Leichen sehen wollen. Ich schicke dir den Ort. Oh yeah. Was bitte war denn das? Das war furchtbar. Was, ihr? Er hat's geschluckt? Er hat's geschluckt, aber... Erledigt. Erledigt. Okay, wir haben die Ratte im Visier. Wünsch mir Glück. Ich komme mit dir. Ich glaube, das überlässt du besser mir vor. Nicht, da ist ich da. Ich steck mit drin. Und du hast selbst gesagt, du brauchst nicht. Ah, das habe ich ganz sicher niemals so gesagt. Na gut, dann sieh mal, was du herausfinden kannst. Und triff mich dort. Okay. 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 Wenn wir ankommen, müssen wir ein großes Gebiet nach einem Eingang absuchen. Also trennen wir uns. Wenn irgendetwas schiefläuft, gehst du in Deckung und bleibst durch. Verstanden? Ich denke die Aufmerksamkeit auf mich. Hörst du mal auf? Womit? Na damit, mich ständig zu beschützen. Hör mal, ich... Nein, du hörst zu. Ich weiß, es liegt nicht nur an dir, dass ich stehe, wo ich stehe. Ich finde nicht okay, was du getan hast. Aber ich weiß, dass du nur das Richtige tun wolltest. Schätze, ich will sagen, du schuldest mir rein gar nichts, Ray. Fertig? Äh, ja. Gut. Suchen wir einen Eingang. Ruf mich, wenn du irgendetwas siehst. Und ich werde dasselbe machen. Das war eine coole Mission. Die war echt gut. Ach, Skill-Punkte. Das und schnelleres Nachfahren ist auch nicht schlecht. Gut. Dann warten wir jetzt auf einen Anruf. Rese schon. Ray, ich habe einen Grundriss von dem Gebäude. Ich markiere dir den Eingang. Ich bin schon auf dem Weg dahin. Bring mir den Scheiß zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Ja. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR an a 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 Vielen Dank.